Wie es unser Firmenname schon andeutet, ist die Firma MediCode ein medizintechnischer Betrieb. Wir haben drei Standorte, zwei in der Schweiz, in Mägenwil und Wohlen. In Mägenwil beschichten wir Implantate. Hier am Standort Wohlen, wo wir uns jetzt befinden, ist der Anlagenbau. Thermische Spritzsysteme werden hier hergestellt. Diese verkaufen wir weltweit, hauptsächlich in die Medizintechnik, aber auch für andere Industrien. Und dann haben wir in Frankreich zwei Betriebe. Einer, wo wir das Pulver herstellen, das wir für unsere Beschichtungen benötigen und ein zweiter Betrieb, wo wir auch Implantate herstellen und beschichten. Mit unseren Beschichtungsmaschinen, die hier im Bau sind, werden diese rauen Oberflächen hergestellt. Dies ist eine Beschichtung aus Titan und Hydroxylapatit und hier nur mit Hydroxylapatit. Diese Schichten stellen sicher, dass die Implantate dauerhaft und gut im Knochen verwachsen und eine lange Lebensdauer des Implantates gewährleisten. Die MediCode ist ein Aargauer Hidden Champion mit einer ausgeprägten Ausrichtung auf Innovation. Sie setzen auf eine Strategie, basierend auf Qualität und Technologie und sind damit immer an vorderster Front der Marktentwicklung. Unser bestehendes thermisches Spritzverfahren ist sehr gut geeignet für große Implantate. Für kleinere Implantate, wie zum Beispiel ein Zahnimplantat, braucht es eher feinere Verfahren. Wie auch in diesem Projekt kann das Hightech-Zentrum der MediCode als Türöffner zu Hochschulen dienen und ein Netzwerk zur Verfügung stellen, welches den Zugang ermöglicht zu neuen Technologien und Fördermöglichkeiten. Innovation und Entwicklung hat für unseren Betrieb einen hohen Stellenwert. Dafür schätzen wir die Zusammenarbeit mit dem Hightech-Zentrum Aargau sehr. Das Hightech-Zentrum vermittelt uns Forschungspartner und hat einige Anregungen für neue Projekte in der MediCode gebracht.